Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Liebe dich selbst, entdecke deine Weiblichkeit. Heute spreche ich über Weiblichkeit im Mann, über gelebten Eros im Mann, also wie sich die weibliche Energie im Männlichen zeigt, wie sie gelebt werden will. Auch wenn dieser Podcast vorwiegend für weibliche Wesen gedacht ist, bitte ich dich, diese Episode in die Welt zu tragen und gern auch jedem Wesen zu empfehlen, das mehr Fülle im Leben spüren möchte. Wie Ying und Yang sind männliche und weibliche Energiepole in allen von uns, egal welchen Geschlechts vorhanden. Unsere männlich geprägte Gesellschaft unterdrückt seit mittlerweile Jahrtausenden die weiblichen Energien, auch die im Mann.